Hast du dich schon mal gefragt, warum die einen Menschen ein Publikumsmagnet sind und andere eben nicht? Und wie du es jetzt auch schaffst, dass du da draussen ein Publikummagnet wirst? Dann bleib heute dran, weil ich werde sie bis zum Schluss erklären. Heute legen wir los, weil ich werde dir zeigen, wie die Neuromarketing, das Geheimnis funktioniert unter Dopamin, Oxytocin und Cortisol und wie wir das als Profiler nutzen und wie du das in Zukunft als Führungsperson, als Marketer, Coach, deinen Berater nutzen kannst. Das werde ich dir jetzt gleich zeigen. Übrigens, grossartig, dass du heute dabei bist. Heute gebe ich dir einmal einen Sneak Peek, einen Auszug aus meinen neuen Büchern, wo solche Sachen, wo wir jetzt gerade besprechen, auch drinstecken und noch viel detaillierter in meinem neuen Kurs, den du auf meiner Webseite findest, passives Einkommen Profiling, damit du hier mal siehst, um was es eigentlich geht. Weil unser Gehirn arbeitet tagtäglich, macht Sachen und wenn wir dann eben wissen, wie wir das einsetzen können, also als ich damals herausgefunden habe, wie ich meinen Hirn einsetzen kann, war es für mich wie so Tag und Nacht etwas ganz Neues und da möchte ich dich gerne heute mitnehmen. Ich habe drei Arten oder drei chemische Substanzen, die wir uns haben, möchte ich gerne mal näher bringen. Und warum es vielleicht auch wichtig ist, ein bisschen mehr über diese Substanzen, sage ich jetzt mal ganz einfach salopp zu erfahren, das wirst du jetzt gleich mitbekommen. Denn im Ersten möchte ich gleich starten. Lass uns gleich loslegen, schwappst die rein. Und das Erste möchte ich mal gerne über Dopamin reden. Hast du das schon mal gehört, Dopamin? Man sagt ja auch unter anderem, dass es das Belohnungshormon ist. Ich weiss, es werden noch ganz viele mehr Sachen dazu erklärt, wo du dann auch in meinem Kurs findest. Aber hier geht es einfach mal um den Teil Belohnungshormonen. Und da möchte ich gerne einen kleinen Hintergrund geben, was du dann jetzt mit dem Belohnungshormon auf sich hast. Dopamin wird oft als auch Glücksgefühl in dir drin gezeichnet. Das sind Chemikalien, die da hochkommen. Und das wird eben auch das Glücksgefühl bezeichnet. Du kennst das sicher. Glücksgefühl hat man, ich habe das früher auch mal gehabt, dass wie meine Mama mir noch beim Kiosk ein Loli gekauft hat. Ich weiss, Kiosk gibt es eigentlich schon fast nicht mehr. Aber meine Tochter kennt das gar nicht mehr. Kiosk, sie geht immer in Migros, in Aldis, in kleinen Sachen. Aber Migros, nein, macht sie nicht mehr. Oder auch wenn du ein Eis bekommst, so ein Glücksgefühl. Oder wenn du geheiratet hast, gibt es doch so ein Glücksgefühl. Oder wenn man sich die erste Rolex kauft oder ein Auto oder einfach so eine Anschaffung und denkt, ist ja geil. Und dann bekommt Dopamin hoch. Und das ist das Glücksgefühl, was wir on Instro drin haben, wo einfach so ausgeschüttet wird um den Körper. Und genau um das geht es jetzt. Das spielt eine Schlüsselrolle, wie du auch langsam merkst, in unserem Belohnungssystem und beeinflusst, wie wir Vergnügen und Schmerz wahrnehmen. Und das sind jetzt wichtige Punkte drin. Also es ist ein Belohnungssystem drin, wo uns beeinflusst in Vergnügen und Schmerzen. Das ist in unserer Wahrnehmung drin. Und wenn man weiss, wie man das eben bei Menschen auslöst, dann ist es einfach. Dann lotst du diesen Menschen auch dahin, wo er hin darf. Und bei Dopamin ist es auch wichtig, da geht es jetzt um ein Belohnungssystem. Es gibt auch das Glücksgefühl. Und wenn wir das hinbekommen beim Keynote-Speaking, im Coaching-Trainer, im Verkauf oder auch steuern können, dann wird das Ganze halt viel spannender. Der Relevanz in der Überzeugung. Wie wir das Ganze jetzt mit der Überzeugung machen können, ist, Menschen sind von Natur aus motiviert. Das ist normal, das ist innen drin. Es gibt auch demotivierte Menschen, aber das hat eine Vorgeschichte. Ich möchte jetzt hier von den gesunden Menschen losgehen. Also hier haben wir einen motivierten Menschen, das ist von der Natur her, Belohnung zu suchen. Also jeder Mensch will eine Belohnung suchen, weil wir ja dieses Dopamin in uns haben und das darf ja schlussendlich auch ausgeschüttet werden. Zum Beispiel jetzt aber auch gute Redner und Marketer nutzen dies, indem sie positive Erwartungen in Aussicht und in Belohnung auch schaffen. Das bedeutet, du hast sicher schon ganz viele YouTube-Videos gesehen oder auch Podcasts gehört wie hier, wo die Menschen sagen, ja, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst, dann bekommst du ein PDF, da beantworte ich dir all diese Fragen und dann schüttet das eben Dopamin heraus und der Mensch hat das Gefühl, er muss jetzt bis zum Schluss dabei bleiben, weil er diese Belohnung will. Und das ist ja nichts anderes als das, wo wir die Menschen hinsteuern, dass sie alle Informationen dann mitbekommen, wo du daraus schlussendlich auch erzählst. Und da ist eben Dopamin der Träger, wo wir das Ganze einsetzen können. Und das ist wichtig, dass du das auch verstehst, dass wir in Zukunft eben auch, wenn du das einsetzen willst, in der Führung mit einem Team nicht richtig funktionieren, dann dürfen wir wirklich auch etwas in Aussicht stellen. Und viele Menschen haben hier eine Belohnung. Das ist der Bonus. Und vor Covid, vor vielen Jahren noch, war es ganz wichtig, dass Menschen immer Bonus bekommen. Das ist übrigens Geld, wo sie dann ein Gehalt aufmotzen können. Andere haben andere Sachen in Aussicht. Und das ist alles noch nichts anderes als dieses Dopamin, dass sie das in Zukunft auch ausgeschüttet werden können. Praktische Anwendungen sind zum Beispiel, du kannst hier ein attraktives Angebot zu Beginn anteasern, dass eben auch das Belohnung am Ende, zum Beispiel eines Videos, einer Präsentation, in Aussicht gestellt wird. Und dann bleiben die Menschen dran. Dann sind sie hier, Aufmerksamkeit, und sie warten ganz gespannt, was dann schlussendlich auch die Belohnung sein wird und sein kann. Also verwenden, du darfst also diese Verwendung für positive Verstärkung, gewünschte Handlungen auch fördern in dem Sinn. Also viele Menschen sagen dann, ja, wenn du dieses Auto kaufst, hast du noch diesen Bonus zum Beispiel. Es gibt auch Autos, wo du schlussendlich in Golfclubs aufgenommen wirst oder Golftraining machen kannst. Ich weiss ja auch nicht, was es alles gibt. Und das ist nichts anderes als Dopamin. Es muss aber richtig gemacht werden, dass der Mensch gecatcht werden muss, in der Aufmerksamkeit schon funktioniert das nicht. Und so kannst du dieses Dopamin für dich in Zukunft einsetzen. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, schau doch mal bei dir, wie du funktionierst, auf was funktionierst du und wie hast du jetzt dieses Dopamin mit diesem Wissen, das ich dir gleich gesagt habe, schon für dich unbewusst eingesetzt. Und man sagt, es gibt ja auch seinen Spruch, die Vorfreude ist die schönste Freude. Warum ist das so? Ja, weil hier auch Topamin ausgeschüttet werden kann. Und das Gleiche kannst du auch Verbindung bringen, wenn du Ferien planst. Ferien planst, da freut man sich ja auch unter anderem nur schon bei der Planung, wenn man sich Gedanken macht, wie kommt man da hin. Vielleicht fliegt man das erste Mal Business, vielleicht hast du ganz viele Meilen gesammelt und kannst ein Upgrade machen. Oder du denkst, gehst auf eine Insel, wo du noch nie warst und mega Freude hast, dass du mit deinem Partner hingehst, spannende Sachen, neue Sachen. Vielleicht gehst du an Ort hin, wo du schon länger kennst. Das ist nichts anderes als Vorfreude. Die Vorfreude für ein Event, für ein Fest, für eine Party, wo man machen kann. Und das ist, da wird dann eben auch Dopamin schlussendlich ausgeschüttet und das ist nichts anderes, als wir warten auf diese Belohnung. Und wenn du willst, verschreib mal unten rein, welche Erfahrungen du bis jetzt gemacht hast mit diesem Glückshormon und wie setzt du das gezielt aus. Nimm gleich mal einen Schluck Wasser. Das ist das Erste, wo wir dabei haben. Und das ist ein kleiner Part, wo eben auch wichtig ist. Nimm Menschenführung, Menschenkenntnis, wenn wir mit Menschen umgehen, im Verkauf, im Marketing, Firmenaufbau, überall, wo wir sind, nutzen wir das. Und wenn du es gezielt einnutzt, dann weisst du auch, was die Menschen schlussendlich für dich machen oder auch umsetzen können. Und jetzt geht es ab in das zweite chemikalische Zusammensetzung in uns drin. Das ist nämlich nichts anderes als, Achtung, ich kann es kurz kaum aussprechen, Oxytocin. Das ist auch das Liebeshormon genannt. Oxytocin ist auch sogenanntes Liebeshormon. Und ein kleiner Sneepick als Hintergrund ist wie folgt. Oxytocin wird oft mit sozialen Bindungen, Geburt und Vertrauen in Verbindung gebracht. Wow! Oxytocin ist echt spannend, wird in Verbindung mit Geburt und Vertrauen in Verbindung gebracht. Wahrscheinlich könnte man sich hier auch noch für Hochzeit reintun oder den ersten Kuss, wo man hin nimmt, wo man hier auch ansetzen kann. Und das ist noch ein kleiner Hintergrund, wo das, diese Substantoxylozin eben auch drin ist. Es wird während Umarmungen, also Körperkontakt und Körperkontakt freigesetzt und fordert das Vertrauen zwischen Individuum. Also, wenn du Menschen umarmst, wenn du Menschen anfasst, wird das Vertrauen auch hier ausgeschüttet, dann sind wir mal ehrlich. Es gibt ja auch viele Länder, Sitten, wo man Menschen anfasst und es gibt Orte, wo man Menschen nichts anfasst. Ich bin ein Mensch, der sehr viel wahrnehmen kann. Also, ich fasse nicht immer jeden Menschen an, weil ich will nicht alles wahrnehmen von den Menschen. Ich habe das früher gemacht und war dann oft geschockt, dass ich das spüren kann, kommt er und habe mich dann ein bisschen distanziert. Also, wenn ich den Menschen sehe, zum ersten Mal gebe ich gerne die Hand, muss die aber nicht gleich umarmen. Aber je nachdem ist es unterschiedlich und wenn du in Zukunft Menschen umarmst, Körperkontakt hast, dann kannst du in Zukunft ein Oxidazin denken. Das ist das Liebeshormon, wo jetzt im Körper freigesetzt wird und fördert zwischenmenschliches Vertrauen und ja, wegen dem, überlegt dir mal, wo hat dir das letzte Mal jemand umarmt, vielleicht im Business. Wenn man das gezielt macht, möchte dieser Mensch gezielt Vertrauen aufbauen. und das kann man hier bereits schon steuern, indem man den Menschen halt ein bisschen mehr anfasst, näher kommt und ja, das ist so ein spannender Punkt, der Relevanz in der Überzeugung möchte ich gerne euch das mitgeben und hier kommt, Menschen sind soziale Wesen, ja, das wissen wir und neigen dazu, Botschaften und Marken zu vertrauen, die ein Gefühl der Gemeinschaft und der Verbindung fördern. Und ja, jetzt weisst du vielleicht auch, wieso das für einige Menschen wichtig ist, dass sie ein iPhone haben, weil sie hier in der Gruppe sind oder warum sie jetzt Nike-Schuhs anhaben, mein Tokla 3-Zell. Also mit 12 hat es umgekehrt, umgekehrt, gebunden, da ist Osteozyn ganz stark ausgeschüttet worden, weil sie war plötzlich wichtig, welche Kleider sie hat und nicht nur welche, sondern welche Schnitte, welche Marke waren wichtig, davor war das überhaupt nicht wichtig und dann auch, brauche jetzt ein iPhone, nicht ein anderer, sondern gleich ein iPhone und jetzt viele Menschen haben ja diese Rolex oder ihre Autos, Porsches, ja, der Zugehörigkeit und Verbindung in der Gemeinschaft, dass sie hier diese Punkte haben und dann weisst du, warum das so ist. Bei einigen Menschen wird es mehr ausgeschüttet, bei anderen weniger und dann kannst du es für dich schlussendlich auch so zuordnen. Praktische Anwendung, erzähle persönliche Geschichten, jetzt kommt, persönliche Geschichten und man hat das ja viel mit Storytelling, teile sie und erteile deine Geschichten, die Erfahrungen im Publikum nachvollziehen können und das ist immer wichtig, wenn du eine Geschichte erzählst, muss dein Publikum das auch nachvollziehen können, weil sonst wird das Oxidozin nicht ausgeschüttet und sonst ist eigentlich die ganze Sache für die Katze und das möchten wir nicht, wir möchten ja gezielter einsetzen. Also zeigen sie Empathie und Verständnis für die Bedürfnisse und Herausforderungen ihres Publikums und das ist wichtig um eben auch Vertrauen aufzubauen für das Oxidozin, dass wir das schlussendlich auch haben. Damit wir das aufbauen können, darf jetzt hier dieser Bereich Storytelling nie fehlen. Storytelling ist es wichtig, dass wir eben auch empathische Geschichten erzählen, emotionale Geschichten, wie das vielleicht auch von Hollywood schon kennt oder von Walt Disney. Eine Geschichte hat immer so drei Parts, eine Einleitung, einen Hauptteil, einen Schlussteil und es hört immer mit einem positiven Aspekt aus. Auch wenn ganz viele schlimme Sachen darin passieren, es hört immer positiv im Sinne auf und es ist auch wichtig, dass eben nach Schluss dieses Liebeshormon ausgeschüttet werden kann. Und wenn du in Zukunft also auch Menschen führst, hör immer auch positiv auf. Wenn du mit Menschen Coach, Trainer, Beratung machst, immer positiv aufhören, nie negativ, weil das kann sonst absacken und dann ist das Vertrauen weg. Und das möchten wir auch nicht. Also darf hier dieser Bereich nicht fehlen und du kannst das in Zukunft viel besser für dich einsetzen und da ist eben dieses Oxidozin der Hauptgrund. Und jetzt geht es gleich weiter. Ich nehme ein Schluck Kaffee und dann geht es ab zum Dritten und kannst du vielleicht vorstellen, was das Dritte ist. Was denkst du? Cortisol, das Alarmsystem des Körpers. Was? Haben wir ein Alarmsystem? Ja, jetzt schauen wir das Alarmsystem des Körpers an und das ist ein chemisches Substant, sage ich jetzt auch, weil ich es oben auch schon gesagt habe, für Cortisol. Das ist kein Hintergrund, nie piek. Wie gesagt, Hintergrund bekommst du dann in meinen Büchern noch viel mehr, aber wenn du jetzt wirklich Erfahrung machen willst, dann hol dir den Kurs, weil da rede ich nur über solche Sachen. Kurs ganz extrem, passives Einkommen generieren ist ein Riesenteil mit solchen Sachen drin. Du musst das wissen, wie das funktioniert, weil du brauchst das für Storytelling, für YouTube-Videos, für Newsletter, für Blogs, alles Texte, Webseiten, das brauchen wir das Hintergrundwissen, sonst funktioniert das natürlich alles nicht. Menschen handeln oft, wenn sie das Gefühl haben, etwas zu verlieren und wenn sie unter Druck stehen und das ist auch wichtig, dass man das weiss, dass so Menschen auch funktionieren. Jetzt kommen wir aber zuerst als Hintergrund. Cortisol wird in Reaktion auf Stress und Bedrohung freigesetzt. Also jedes Mal, wenn du Stress hast und eine Bedrohung, wird Cortisol ausgeschützt. Es bereitet den Körper darauf vor, entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Entweder kämpfst du oder du fließt, etwas anderes machst du nicht. Und das ist einfach mal der Hintergrund für Cortisol, wenn es dann ausgeschüttet wird. Und der Relevanz in der Überzeugung, Menschen handeln oft, wenn sie das Gefühl haben, etwas zu verlieren oder wenn sie unter Druck stehen. Und wegen dem bauen ja ganz viele jetzt im Marketing so Verknappheitssysteme ein, auch wenn, das ist künstlich gemacht, das macht immer. Eines ist nicht künstlich gemacht, zum Beispiel mein neues Buch, habe ich gesagt, das, was ich jetzt hier bei mir habe, das habe ich das letzte Mal gedruckt. Danach wird das nur noch Print on Demand bei Amazon gemacht. Und wenn jetzt noch jemand, dieses Buch, es sind ja zwei zusammen, in meinem Wandel haben will, dann gibt es nur eine Anzahl davon. Weil ich habe gesagt, der Aufwand ist zu gross und Amazon macht das so grossartig, also in Zukunft kann man alles da abholen. Und wegen dem mache ich das so. Und das ist auch eine Verknappheit, eine Reelle. Aber oft werden dann in einem Newsletter so Events gestaltet, wo so eine Uhr zurückgeht und du weisst, du hast jetzt noch bis dahin Zeit und dann ist es weg. Oder, was wir auch machen, bei uns zum Beispiel, unsere Community, die ist nicht immer da, sondern die wird nur bis zu gewissen Zeiten aufgeschaltet. Wieso mache ich das? Weil ich finde es schön, ab und zu auch eine geschlossene Gruppe haben, dass die Menschen sich hier kennenlernen können. Es ist immer so am Anfang so ein Anschnüffeln und dann kennen sie sich, dann setzen sie sich viel besser um. Und ab und zu machen wir sie neu, dann spülen sich neue Menschen rein und dann beginnt die gleiche Reise wieder. Also das, sobald die Menschen das Gefühl haben, sie verlieren was, dann kaufen sie. Oder einfach, dann reagieren sie und das ist Cortisol, was hier ausgeschüttet wird. Ein gewisser Mass an Dringlichkeit oder Fumo, Fear of Mission, Out, kann dazu führen, dass Menschen schneller handeln. Genau. Aber aufgepasst, entweder, das ist ja eine Bedrohung für sie, entweder flüchten sie oder sie, also entweder Kampf oder Flucht. Und bei Flucht kaufen sie nicht. Also nicht jeder Mensch ist sofort da. Yes, ich kaufe jetzt. Aber das ist, was man weiss, das kann man machen. Praktische Anwendung. Betonen sie die Möglichkeit, negative Konsequenzen, das nicht handeln. Das ist nicht handeln. Ja. Verpasste Gelegenheit, Zeitverlust. Es gibt auch viele Sachen, wo ich ab und zu auch erzähle. Negative Aspekte, zum Beispiel in den Headlines, in Überschriften, E-Mail betrifft, kann man auch solche Sachen machen, wie ich es geschafft habe, 12'000 Franken zu verlieren. Oder warum ich diesen Schmerz verspüre. Sind alles Sachen, wo jetzt hier dieses Schmerzsyndrom ausgeschüttet wird, sind Cortisol. Und da kannst du auch ein bisschen achten auf Headlines bei YouTube. Man weiss das übrigens auch schon, Sachen, die auf Schmerz gehen, die Angst machen, da wird viel mehr geklickt, als Menschen. Sachen, die mit Liebenssachen sind. Also diese Verknappheitssachen, da reagieren Menschen viel mehr, weil sie haben das Gefühl, das muss ich jetzt sofort haben, sonst ist es dann weg. Und da gibt es auch ganz viele Tricks. Ich habe vor kurzem, zwei, drei Tagen, habe ich bei Graham Cochran, ein wunderbarer Coach aus Amerika, wo ich zurzeit sehr viel lerne, habe ich einen Kurs gekauft. Und dann wollte ich den Upsell noch kaufen und meine Kreditkartenfirma hat ihn als Gefahrenstufe eingestuft. Dann konnte ich den Upsell nicht kaufen. Und ich habe das dann so gemacht, ich habe dem geschrieben, ein E-Mail, und habe gesagt, hey, super, schön, ich bin gerade in den Kurs reingesprungen. Ich wollte mir diesen Upsell kaufen, aber meine Kreditkartenfirma hat dann gesagt, du bist als Gefahrenstufe eingestuft. Es wäre mega lieb, wenn du mir diesen Link noch zusenden könntest für den Upsell, das kann ja jeder machen. Und dann hat er es mir geschickt. Und so bin ich dann da, bin ich da reingeflutscht, dann kann ich das kaufen. Also einfach so, das geht auch. Also hier mal ein kleiner Trick, wie du das auch für dich anwenden kannst. Setzen Sie klare Fristen und begrenzte Angebote, um die Handlungsstruktur zu erhöhen. Das kennst du auch bei den Autoverkäufern. Jetzt hast du ein Swiss-Paket und nun jetzt für den Winter, kommt dann wieder Winter, mit Schneeketten, Winterauto aufmotzen, Winterfest machen. Sie haben immer so diese, in der Schweiz haben wir ja wunderbar, diese vier Jahreszeiten. Also das, die nutzen das immer wieder. Und das ist nichts anderes. Jetzt weisst du, warum die das machen. Ist das Cortisol, wo schlussendlich sie nutzen, um die Menschen zu bewegen, von A nach B. Vielleicht denkst du jetzt auch, ist es eigentlich noch tragisch, dass sie das Alarmsystem des Körpers einsetzen müssen, um Angst zu gerinnen oder auf eine Verknappheit das Menschen kaufen. Man hat das mal in der Bewerbung herausgefunden, aber es ist nicht nur eine. Du hast ja heute jetzt diese drei kennengelernt. Du hast im einen das Oxytocin kennengelernt, wo das Liebeshormon ist, im anderen das Cortisol, wo jetzt eben das Alarmsystem des Körpers ist und wie ich das im Ersten von Dopamin gesprochen habe, das Belohnungshormon. Und wenn du jetzt das gezielt nutzen willst, dann nutze das in Zukunft so, dass du auch mit diesem Dopamin beginnst, wo du Menschen das Glücksgefühl sagst, auf Belohnung am Schluss dabei zu haben, dass du auch im Zweiten das Oxytocin ausschüttest, das Liebeshormon, wo du auch diese Zuneigung vom Körper, das baut Vertrauen auf, den Menschen gibst und am Schluss dann, wenn du das willst, kannst du das Cortisol ausschütten für eine Verknappheit, nur für heute da, ganz spannend und jetzt bekommst du diesen wunderbaren Bonus und bei mir bekommst du auch einen Bonus, weil du bis jetzt zugehört hast. Hier unten hat es nämlich einen Link. Geh da rein, hol dir einen Workshop, der ist übrigens kostenlos, und wenn du nach dem Workshop unten auf den Button drückst, dann hast du jetzt heute eine Vergünstigung für meinen Kurs, der ist nämlich ein Schnäppchen jetzt, da kannst du gleich reinklicken, weil du heute bis zum Schluss das zugehört hast und dass diese drei Arten, wo du nutzen kannst für Führung mit Menschen, Kommunikation und wenn du Menschen begleitest, ist es ein ganz wichtiger Punkt, wo wir in Zukunft einsetzen wollen. Warum habe ich das gemacht? Mir war wichtig, dass du mal verstehst, was ich überhaupt den Menschen zeige, was ich mit Menschen lerne in meinem neuen Kurs Passives Einkommen, Profiling, da geht es nicht um Geld, da geht es um ein System, wo du lernst, wie Menschen funktionieren. Das ist auch nicht auf einen Hype aufgefallen, das ist eine Grundkonstellation, wo du immer und alles nutzen kannst. Gestern habe ich das an Chris gezeigt, beigebracht. Er hat ein Hotel und hat auch ein Restaurant, wo viele Menschen arbeiten. Ich habe gesagt, wenn du das jetzt gezielt einsetzt, jetzt abgesehen vom Marketing, im Service, wo die Menschen permanent ja eigentlich im Verkauf stehen, dann werden deine Kunden noch viel mehr kaufen. Also noch, sie werden noch, dann wird jeder immer einen Kaffee nehmen, die meisten Menschen ein Dessert nehmen. Sie werden immer dann das nehmen, wo du ihnen vorschlägst und das ist ein Riesengewinn, wo du in Zukunft einsetzen kannst. Sicher kannst du es auch für Newsletter brauchen, sicher kannst du es auch für Blogs brauchen, und das machen wir tagtäglich. Du kannst es jetzt aber auch für deine Webseite brauchen, überall, wo du Texte hast, mit den Videos, Social Media Marketing, alles. Wenn du das weisst, wie das funktioniert, übrigens, da hat es dann noch viel mehr Informationen, Wissen dahinter in meinem Kurs, wo du jetzt für dich gleich holen kannst. Also ich will ja gar nicht mehr lange machen, nicht mehr länger reden. Hol dir das Ganze, schau es dir an und wenn es dir geholfen hat, das freut mich natürlich nicht, dann schreit es gleich unten ein, wenn du es gerade hörst. Ich bin neugierig, wie du das in Zukunft für dich einsetzen willst, damit du das Maximum daraus holen kannst. In diesem Sinne, hat es mich gefreut, dass du da hier wärst und bis bald im nächsten. Dein Swiss Profiler, Alex Horschlä.